Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends wieder mal wieder mit dem guten Domen LP. Hi. Diesmal spielen wir kein Asienmitte oder irgendwas derartiges Feetlastiges, sondern wir spielen Hickering und Jungle. Reicht das schon mal nicht Timo Spiele? Das ist ja schon Feetlastig genug. Ja, was noch gegen Trinder mehr? Ich dachte immer so, wenn Dominic schon AP spielt und das noch Timo und kein Tank und dann noch mit Ignite. Ja, wenn schon denn schon. Ja, dann denke ich mir so, ja, spielst du einen guten Hybrid Tank, der gut Damage macht. Naja, eigentlich war die Hauptidee dabei eigentlich nur Tank zu picken. Ja, mal gucken, wie vielleicht... Es ist Katharina gegen Katos, also wenn man Katharina einigermaßen gut spielen kann, ist es dann doch eigentlich eine Freelane oder nicht? Hm, es geht. Ich weiß ja nicht, wie man Katos so einschätzen kann. Eine Karte aufs Snowboard halt, weil er K-Zock's ja noch nicht bekommt. Ja, aber musst du ja auch nicht timen, ne? Ja, passt. Du siehst irgendwas slow, drückst eher, das war's. Ja, stimmt auch wieder. Gangpangstay. Das ist echt so. Da geht nur mir auf Level 2. Ich möchte sogar in diesen Grab für das Asi-Skin, ne? Gerne. Ich hab Mana-Probleme. der dritter mit schütteln ersten port also die ersten sind eigentlich ziemlich langweilig also dann war ich im jahr zu sehen weil es sei der stumpe level 3 klier so mann gott ich habe den boost ist einfach lauf einfach niemand hat diesen flash gewinnen doch den habe ich geschehen ich stand an der verdammten wand und kam nicht rüber bläppig eine andere wenn es nicht so ist ihr seht es ja in der flash den du versuchst ist das eine der schwierigsten flashes es geht aber wenn du an der wand schießt muss es direkt rüberkommt mit ein bisschen nein du hast ja nicht direkt an der wand etwas weiter weg von der wand und ich glaube das hat dazu geführt dass du halt gegen die wand geflasht bist ja das ist mir schon klar das ist ja das ding wenn du dann gegen die wand flasht dadurch aber ich war der meinung ich stand ganz nah an der wand dran war die botlane mit gefährlich hat schon zwei kills was ja gut wenigstens habe ich für das bug bekommen ich habe eigentlich extra gold ja und noch gold weißt du bleibst du eine ernsthafte frage hier ja also ich sei dass ich verkommen bin ja und ja ich frage mich auch mal was ich muss mal für es mal so ein schönes zeichen haben wir so hochwert für das blatt mich ich habe immer taugend kriegt auch mehr gold er war es für mich auch gar nicht da bleibt ja jinks werde auch hier unten da weg gehen ich weiß nicht wo sich juani ist doch weil sie etwas proben sie einfach mit dem 5 zu tower bleiben ach ja ich wünsche ich könnte richtige montages machen dann will ich einfach so eine best auf dominik vielleicht montage machen alles klar und ich will nicht wissen wie oft ich vielleicht gefällt ist nicht auch aber du kannst du machen so ein best auf fay asie walt wie oft ich die asie walt daneben haue ist unglaublich ich weiß nämlich nicht und zwar nicht gefunden er kann man ihn gefährden ich war eigentlich überlegen den moment wo das nicht auf sich in geld ist als hätten sie kürger hätte ich sie richtung dicht gestoßen maybe vielleicht hat ich ja nicht mehr ja gut doch cool dass das das unsere mitleidigen das heißt ich muss abgeben als wir haben geblieben ablevel 6 brauche ich wirklich machen da habe ich meine probleme Ich bin schon Level 6, der hat noch mal Level 4. Du machst ja wohl alles richtig, ne? Was? Du hast ja gesagt, machst du ja wohl alles richtig. Oh, Feechani ist schon wieder top drin. Ja, kein Wundern, ne? Ich komm nicht weg. Das ist scheiße. Warte, ich komm, bin auf den Weg, bin auf den Weg. Ich glaub nicht. Komm, geh durch. Loll. Ja, so geht's auch, ne? Haben wir den jetzt nicht über die Wände gleich, ne? Hast du gesehen, wie ich jetzt hier hinterher gelaufen bin? Ja, ich hab's gesehen. Was hätt ich machen sollen? Flaschen. War Ulti, ne? Das ist alles tot. Nee, bei dir. Oh, Trindermeer, du lebst gefährlich, hab ich gehört. Du lebst sogar sehr gefährlich. Du lebst sehr gefährlich! Und du hast keine Ulti, mein Freund. Oh! Okay, dann hat er gelöscht. Ich wünschte, ich hätte Ulti gehabt, ey. Ja, dann wär er tot gewesen. Ja, safe time gewesen. Guck, ich brauch nen Bluber. Das waren zwei, zwei Mal Ulti, ich glaub ich hab keinen Marner mehr. Ja, heul nicht rum, ey. Ich heul nicht rum. Du heulst drum. Nein. Doch. Ich hab keinen Marner. Alter, die Jaxx. Ich hab nichts dran. Wenn man seine Lame feedet. Meine Lame? Ja, wenn du nicht mit Lame bist. Nein, Mann. Ich find den Katz vollstum mit aus hier. Ja, den Gardus. Ich will doch allgemein mit Lame. Nein, ich bin gut im Late Game. Wenn ich dauernd zu Tode gegankt werde, was soll ich denn gegen ihn machen, du Schlaumeier? Das ist normal, du bist mit Lame. Mit Lame wird immer gegankt. Nein, Top Lame wird immer gegankt. Nein. Mit Lame ist hier die einfachste Lame zu ganken. Ah, Drake. Den Drake kann ich nicht machen. Drake kann ich nicht testen. Da komm, Q sucks, mate. Der ist jetzt ja Level 6. Der drin hat mehr. Ich will jetzt auch eigentlich Level 6. Oh, Katz ist bei der schon Level 8, Alter. Schau mal. Ich muss so Ulti usen. Das ist so dumm. Ich habe eigentlich gesehen, dass da eine Citroën, die war engagiert einfach auf den Katz. Und das noch Richtung Drake. Oh. Ja, ich glaube, die machen eigentlich Drake. Ich denke, der mit Asch-E-Dings kommt. Ich war nicht, der moved grad nach oben. Ich komme, Nick. Alles gut. Oh mein Gott. Der hat mit zwei Lemus überlebt. Und ich habe keinen Flash mehr, weil ich in der Ecke flasht bin. Oh, hi, Citroënni. Oh, hi, Katz. Katz ist ohne Malo. Ja, ich kann nicht nach oben. Komm, ich bin. Oh nein. Hat das nun schon wieder vom Path getroffen worden? Oh, nein. das fokus sehe ich auch im supporter alter es war genauso dumm ich habe den trash hinterher schon auf die jungs drauf zu gehen gut das ist sowieso nicht so gut das war einfach nur dumm naja wir müssen alle die jungs rauskneiden was warum bist du gestorben weil er mich allerdings hier hat geholtet ich war schon heute er hat mich gesloten da gedacht die geld reicht aber hat nicht ganz gereicht ich muss dringend aber dafür ist es glaube ich schon zu spät ich verstehe das nicht für das item kdo ist so dumm das ist aber aktuell die metern auch immer aber nicht auf jenks kommt drauf an wenn du keinen feed hast ja wenn du feed hast baue ich auch wenn das ist der erste ist weil er den porscher ausnutzen muss das ist auch guter spruch nein der kartus hat mich gerade umgebracht offiziell durch die kartus die hat mich gerade mehr bekommen durch die kartus die das geld hat wirklich ein bisschen dumm aber gut aber ich verstehe nicht warum sein kann stark sein ja aber wenn man es wirklich beherrscht ich hatte karte sollte ich diese und ich habe den pfeil verloren auf top lane das ist unlucky wir haben das gesamte game gegen jenks glaube ich verloren ja klar aber jenks könnte ich später one shotten das wäre nicht das problem ja mich kann sie halt nicht angreifen wenn ich die queue rauskriegen würde auf sie wir müssen aber ins late game erstmal kommen mein freund ja ja das ist mir schon klar top erfüllt dass er auch die nächste ländliche gegen würde die sind auch im nachteil von pushen die länder aufs übelste reins macht das einfach nullsinn das ist schon mal die tag ja gut deutsch aber ich bin er etwas was ging ich was ich war nicht auf höheres level um mehr fahrmal zu na aber es bringt halt auch nicht mehr viel wenn die fiel ist Ey, ich friss einfach null Damage, ihr Botlin, move doch! Jaaa, es ist nicht so gut, das Game Wo halt die Journey? Jaa, er hat Angst nicht zu bewegen Dann bewege dich einfach nicht Ja, die Jingles kann jetzt einfach grad die alten Paar sein Die kommen alle nach oben, ne? Ich merk's! Deswegen bewege ich mich auch nicht! Ich hab Angst! Weil hier ist jetzt auch ein Ward drin, wo ich bin! Ja? Wo ich bin jetzt auch ein Ward drin jetzt! Ich bin auf dem Weg! Aber ich hab keine Ultimate, ne? Nein, Tower kann ich nicht dürfen! Die Jingles kommt bestimmt gleich da über die Wand! Hätt's eigentlich dann einfach nach stehen bleiben müssen! Siehst du? Das ist ja schon wieder! Oh mein Gott! Das ist ja kein Flasch! Da pin die Fluglrechte rede ist! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! kann man ja mal machen auch in den nächsten brauchen wir wirklich ich sag ich kann auch erst wo er will ich erst meine tanking das machen kann es ist ja nicht so ein easy game das mit hacker da hatten wir auch eine andere mit nachdem nach dem raum habe ich habe erst verstirbt das sei Ich glaube das sind genug PC, oder? Ja, müsste reichen! Erklären Sie doch uns doch mal, für was Ihr Kerntext steht. Keine Ahnung, hat ein Kumpel gemacht. Ich meine, wo steht der? Das wollte ich. Was? Für was der steht. Ich weiß es nicht mehr. Nein, Joke. Ja, das ist so ein kleiner Troll. Ich brauche eigentlich dazu nichts sagen. Ach, hier ist noch ein Kathos. Gut zu müssen. Gut, Hexengas raus bei ihm. Ja, Trost und Plons rausgehauen. Okay, Doppeltöhnung ist nicht so smart. Dp ist auch raus. Wir haben einfach keine Chance gegen die Fondland. Jinks ist einfach zu gefeatet. Ein bisschen, ja. Ich meine, ihre zwei Item schon fertig. Du kriegst gerade auch die Schnauze. Paz, ich komm weg. Ja, die machen jetzt den Drag. Was war das für eine Sein-Ulti, Alter? Premium eben. Einfach in die Mine reingetreten. Oh, da kann ich auch nichts machen. Tut mir leid. Eigentlich muss jetzt eine Kato für die kommt, ich werde tot. Katoos, im Chat schreiben, Ulti! Jetzt! Willst du euch zutrauen? Ja, ja. Die machen doch schnell in Tauern, dann gehe ich weg. Wardo klar, sie kommt. Was pusht du auch noch, Alter? Egal, Bewurf. Fast. Ich hab mein Protobail, das ist alles in Ordnung. Ich hätte noch nicht mal Schuhe die ganze Zeit mit dem Puzzle weggekommen. Durch die W. Okay. Ja, oh, Katoos! Wie viel Damage macht deine Q! Viel! Wenn du genau in der Mitte schiffst, kritisch die sogar. Schön, ne? Alles klar, ey. Alter, Falter. Der Jinx ist Profit, Alter. Feed, ich finde gerade keine Aussage mehr, aber die hat kein Fleisch mehr. Das ist gut. Ich habe dann aber auch gewonnen. Okay, überweg. Ich finde gar keine Rhythme. Genau, ja. Wie viel? Was ist denn? Ich habe da mal gewonnen. Okay, überweg. Ich bin weg! muss topen dann wieder der hat auch wieder vorsicht noch Q, OP Ja, wow, dieser Ruck, ne? Wo sind die Insekten, ne? Guck mal, ich mach Jinx Half-Life, mit einer Ziel und Auto-Attack. Warum haben wir nochmal einen Sion-Support? Keine Ahnung, damit er mal reingehen kann, aber das tut er ja nicht. Ja. Ja, das ist zu viel, da kannst du gar nichts mehr machen. Tschüss. Kann man mal machen, ne? Kann man machen. Muss man. So ist es. Ja, natürlich, Alter. Ja, natürlich. Natürlich krieg ich einen Knock-Up und wird genauso noch gehockt, ey. Ja, nice Health-Team. First time, er ist wohl. Nach dem alten mitgehe ich sogar danach. Mal gucken, was er baut in PC, Iceborne oder Trinity Force. Ja, habst du irgendwas, was mit Jinx drin ist? Ja. Trenn an, ne? Der kann eigentlich nicht, der Trenn an mehr. Ja, aber der macht damage. Ja, aber der macht damage. Wenn du mal, ist Trenn an mehr. Ja, ist die Frage Ulti-O, ich komm. Ich komm. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Hoppleeeey. Ich hab extra für dich noch mein Proto bei Qs. Hättest du gar nicht mal ein Porto für den? Doch, ich glaub, weil die Q hat, glaub ich, den Autotick abverändert, den du noch bekommen hast. Ich hab geultiht, das hat ihn geführt. Na gut, ich hab's nicht gesehen, dass die getroffen hat. Ich hab nur gesehen, dass ich gecueht habe. Ich hab' mir ein Blubuck, ne? Wer ist geordet worden ist gerade. Ja, vielleicht ein Bordstrenner. Ich will ihn aufdecken, ich will ihn aufstecken, ich will ihn aufstecken, ich will ihn aufstecken, ich will ihn aufstecken. Boah, das war die beste Ding, die ich je gesehen habe. Das ist egal, ich habe da mit Jinx und Thresh triggern können. Easy, 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 holt da rein. Wie weit ist denn der Baron? Ich werde das gerne sehen. Wow, ich glaube, ich habe zu früh gesmited. Ja, boom. Zack, jetzt eine BE und dann zack. Ah, die Jinx. Oh mein Gott. Und das passiert, wenn die Jinx gefiedelt wird. Oh ja, 20-2 ist auch ein Beat. Hallo? Stimmt, 21 wäre Beat, aber nicht 20-2. Das stimmt, weil er denn... Wie der Beat ist, stimmt. Damit ist die overgegangen. Who's Who's. Who's Who's. Der kriegt mich niemals. Wie, der hat aber kein Damage gemacht, der. Ja, ja, ja. Ah, 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 ah. Ja. Er guuuut. Kriegt nochmal einen Pentaman. Das war eine Runde. Feat, lol. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns beim Losen so krass zuzusehen. Wenn ihr bis hier geguckt habt. Davon mal abgesehen. Ich hoffe, in der nächsten Runde werden wir nicht fienden. Oder alle von uns kriegt zumindest mal die Mitleidung, damit ich die auch nicht gaken kann. Und ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.